Hi und herzlich Willkommen zur ProVita Lebensfreude Lounge mit den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Dieser Podcast ist von und mit uns, Imgad Anna Bronder und Madeleine Viola Milena Ries. Wir wollen Dich dazu inspirieren, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in Dein Leben zu lassen. Wir möchten für Dich die Einladung sein, Dich wieder lebendig zu fühlen und Deine eigene, wahre Größe zu erkennen. Unsere Absicht liegt darin, unsere eigene Wahrheit auszusprechen und zu teilen und Dich dazu zu ermutigen, dasselbe mit Deiner Wahrheit zu tun. Fühl Dich frei, Dich selbst zu finden und den schönsten Moment der Welt zu erleben. Das jetzt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gespräche zwischen Mutter und Tochter im Rahmen der Lebensfreude Lounge Sacred Conversations. Und heute geht es um ein ganz essentiell wichtiges Thema. Und bevor ich Dir verrate, um was ist das Thema, um welches Thema es geht, wichtiger Hinweis, hör hin, als würdest Du es zum aller, aller, allerersten Mal hören. Weil gerade das Thema, über das wir heute sprechen, ist die Basis von so vielem, wo auch ich mich selbst immer wieder an die Hand nehmen darf. Und es wird einfach alles verändern in Deinem Leben. Und es geht um das Thema Dankbarkeit. Ja. Auch mir fällt es immer mal wieder nicht ganz so leicht, wirklich tiefste Dankbarkeit für wirklich alles zu empfinden. Weil man ist ja auch irgendwo so in seinem Alltag. Es ist normal, dass ich zum Wasserhahn gehe und mir frisches Wasser hole. Es ist normal, dass ich mir einen Tee hole oder zubereite. Es ist normal, dass ein Kühlschrank da ist. Es ist normal, dass ich einen Kleiderschrank aufmache und Kleider habe. Es ist normal, dass ich rausgucke und den Himmel sehe. Es ist normal, dass ich hören kann, dass ich etwas essen kann, dass alle Zellen und Organe da sind und, und, und. Du merkst schon. Also wenn ich ja anfange aufzuzählen, es ist so vieles normal. Und dennoch, wenn es nicht da wäre, wie sehr würden wir es vermissen? Ja, ich habe für mich gemerkt, erst kürzlich gerade nochmal so die Kurve gekriegt zu haben. Das habe ich dir auch im Gespräch so erzählt, dass ich hatte so eine Auszeit gemacht für mich, wo ich ja einen Tag lang wirklich mal komplett außen vor war. Ich habe mich von morgens bis abends, also Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, saß ich im Wald ohne alles, ohne Handy, ohne Essen, auch ohne Trinken tatsächlich, um wirklich einfach nur rein ich selbst zu sein, um da überhaupt gar keine Ablenkung zuzulassen. Müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen mit Essen, Trinken und so, aber, ne, also das waren so meine Rahmenbedingungen. Kein Handy, kein Buch, kein Notizbuch. Nicht gejournalt, gar nichts, keine geführte Meditation, nicht. Also, dass du dir wirklich vorstellen kannst, ich fuhr in der Natur. Ich habe den ganzen Tag dort gesessen und ich habe einfach nur meditiert und nachgedacht, den ganzen Tag lang. und mal abgesehen davon, das ist eines der geilsten Dinge, die man überhaupt machen kann, wenn man mal Lebensantworten haben will, ständig vor irgendwelchen Fragen und Herausforderungen sich sieht und einfach nicht weiß, wohin mit mir und ich weiß nicht, was die Antwort ist. Absolut die Lösung dafür, wahrscheinlich schon ein Million-Dollar-Tipp hier. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und ich habe es so ein bisschen reflektiert und nachgedacht. Und dann ist mir so gekommen, also ich habe es über mein Leben nachgedacht und über verschiedene Lebensbereiche nachgedacht. Beziehungen, Familie, Partnerschaft, Freundschaften, Gesundheit, Beruf, finanzielle Situation und Erfüllung in dem, was ich tue, in meinem Wirken. Ich habe über alles nachgedacht. Wohnliche Situationen, Träume, Ziele. Ich habe ganz, ganz viel nachgedacht, weitreichende Sachen und so weiter. Ganz, ganz viel über alle Lebensbereiche so nachgedacht. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Eine ganz wichtige. Und zwar, dass alles gut ist. Dass es eine Sache gibt in meinem Leben, die mich besonders beschäftigt, aber der Rest ist einfach klasse. Und da habe ich auch gemerkt, ich würde jetzt diesen Rest nicht als perfekt bezeichnen. So, nehmen wir jetzt mal die Partnerschaft als Beispiel. Die würde ich jetzt nicht als perfekt bezeichnen im Sinne von, okay, das ist halt einfach vollkommen, da gibt es kein Wachstum. Sondern sie ist perfekt in ihrem Sinne und wir wachsen weiter. Und ich weiß, es geht in die Richtung. Ich bin da ganz entspannt. Also ich weiß, das wird sich sowieso weiterentwickeln. Und da bin ich, also so in der Hinsicht, alles ist gut. Und dann gab es eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich so das Ganze, ja, über das Ganze so nachgedacht habe, die nicht so 100% war. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in den letzten Wochen mich zu sehr darauf konzentriert habe, dass diese eine Sache doch bitte läuft. Und den Rest, der war okay, der war da, dafür war ich auch dankbar und so. Aber jetzt, ich habe den Fokus nicht auf der Dankbarkeit gehabt, für die Dinge, die schon toll sind, sondern ich war energetisch mit dem Fokus bei der Sache, die noch nicht so klasse war. Diese eine kleine Sache. 10% von allem. Also ich saß da und habe so gemerkt, wow, alles ist gerade gut. Einzige, was mich beschäftigt, ist das so gut. Und dann habe ich so gedacht, oh krass, okay, und damit beschäftige ich mich den ganzen Tag, von morgens bis abends. Nicht damit, wie toll meine Partnerschaft ist, wie, was für eine großartige Familie ich habe, was für tolle Freundschaften ich habe, wie unfassbar großartig, genial es ist, was ich empfinden darf, während ich wirke, während ich mich selbst verwirkliche, also arbeite an meinem Sprachjargon. Und, aber eine Sache gab es, und ich habe mich die ganze Zeit darüber damit beschäftigt. Und das ist mir dann aufgefallen, dann dachte ich so, wow, krass, du darfst mal deinen Fokus wieder switchen, denn, und jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt, deswegen sage ich, ich habe so die Kurve gekriegt. Das Gesetz der Anziehung besagt ja, das Gleiches, Gleiches anfühlt. Und alles, was wir tun müssen, ist etwas wollen, zulassen, dass es ist, und dann ist es. Das sind die drei Schritte der Manifestation. Ich will etwas, ich lasse zu, dass es ist, und es ist. Das ist ganz, ganz einfach. Und die Sache ist, wir geben dann so viel Energie da rein, dass wir etwas wollen. Natürlich darf ich erst mal darüber im Klaren werden, was ich will. Dann, und oft wollen wir unbedingt sowas haben. Wir wollen ganz dringend den Partner haben, wir wollen ganz dringend einen neuen Beruf haben, wir wollen ganz dringend mehr Geld haben, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Und daran ist, das ist auch gut. Wir dürfen, wir wollen, und da entsteht ja auch Weiterentwicklung. Dann lassen wir zu, dass es ist, und dann ist es. Die Sache ist dann aber, es wird nur so lange Bestand in deinem Leben haben, solange du es immer noch willst, und immer noch zulässt, dass es ist. Das heißt, dein Leben manifestiert sich in jeder Sekunde, in jedem Moment manifestiert sich dein Leben. Und du willst immer etwas, du willst immer mehr, du willst noch was, und du willst hier noch was, und da noch was. Und wenn wir den Fokus vergessen, von den Dingen, die wir schon kreiert haben, die schon da sind, und aufhören, uns darauf zu fokussieren, dass wir diese Dinge ja immer noch wollen, werden diese Dinge aus unserem Leben verschwinden. Weil der Fokus dann nur noch auf den Dingen ist, wiederum, die wir wollen. Und oft sind das die Dinge, die wir noch nicht haben. Aber wir wollen ja, also wenn ich ja dann den Traumpartner schon habe, den will ich ja dann immer noch. Wenn ich aber, und da kommen wir zur Dankbarkeit, Dankbarkeit ist der Fokus. Wenn ich mich aber weiter darauf fokussiere, ich habe den Partner, und ich will den Partner auch, dann kann diese Beziehung, oder dieser Lebensbereich, entblühen und wachsen. und noch weiter wachsen und erhält Bestand. Sobald ich aber anfange, mich auch von dem Partner nicht mehr zu kümmern, und so ist ja auch irgendwie logisch, und ich habe da gar keinen energetischen Fokus mehr, es ist selbstverständlich, er ist halt da, ich habe mir den mal manifestiert, und so, er ist jetzt halt da, gut, ich habe andere Ziele, ich kümmere mich jetzt darum. Naja, dann wird der Partner wohl früher oder später gehen, aus welchen Gründen auch immer. Er wird auf jeden Fall aus deinem Leben verschwinden. Und so konzentriere ich mich auf, keine Ahnung, es gibt ein Beispiel in einem Buch, wo ich das mal gelesen habe, wo es um ein Auto ging, also man wünscht sich ein Auto, man kreiert das Auto, es ist da, man hat das Auto. Irgendwann fängt man an, das Auto nicht mehr zu wollen, man will ein anderes. Und dieses Auto, man ist nicht mehr dankbar, man hat den Fokus nicht mehr auf diesem tollen Auto, oder auf diesem Auto halt einfach. Und dann wirst du zusehen können, wie dieses Auto vor deinen Augen zerfällt. Was ist das Thema mit der Dankbarkeit? Kannst du noch mal tiefer drauf eingehen, warum Dankbarkeit so wichtig ist und wie dieser Fokus ausschaut? Ja. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei, aus meiner Sicht, gilt es auch zu sehen, zu erkennen, sich klarzumachen, dass jede Form von Undankbarkeit oder vielmehr Unzufriedenheit, so ist besser, Unzufriedenheit, eine Art von Undankbarkeit ist. Und das ist ja dann letzten Endes auf Mangel ausgerichtet. Hummer Partnerschaft, wenn ich unzufrieden bin mit meiner Situation, weil ich alleine bin, worauf ist mein Fokus gerichtet? Auf den fehlenden Partner. Wenn ich unzufrieden bin mit meinem Kontostand, worauf ist der Fokus? Auf Mangel. Wenn ich unzufrieden bin mit meinem gesundheitlichen Zustand, worauf ist der Mangel? Worauf ist der Fokus? Auf Mangel. Also man kann das wirklich auf alle Bereiche beziehen. Und es ist niemals so, egal welches Krankheitsbild oder in meinem Sprachschargon sind das eher Disharmonie, die Seele mir gerade auf der körperlichen Ebene schickt. Es ist ja nicht so, dass ich zu 100% krank bin. Es gibt immer noch Dinge, selbst im Organisch, die gesund sind. Und darauf kann ich mich fokussieren. Und was produziere ich dann mehr davon? Was schicke ich mehr ans universelle Feld? Gleiches zieht Gleiches an. Naja, Gesundheit. Wenn ich mich auf meinem derzeitigen Kontostand, auch wenn der mir gerade nicht gefällt, aber darauf fokussiere, dass ich sage, hey, das Geld ist noch auf meinem Konto. Yes! Ist mein Fokus auf Fülle und nicht auf Mangel. Wenn ich mich auf mich selbst fokussiere, und auch in die Vorstellung gehe, wie schön es ist, wenn mein idealer Partner an meiner Seite ist und zum Beispiel so Spielchen auch mache, dass ich den Tisch schon mal auch schön decke, wie wenn ein Partner auch da wäre, wenn ich es mir wert bin, mich an einem schön bedenkten Tisch auch alleine zu setzen. Was sende ich dann aus? Fülle. Also du merkst, man kann es auf alle Bereiche beziehen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt zu verstehen. Jede Form von Unzufriedenheit ist eine Art Undankbarkeit und das sende ich. Natürlich macht das niemand bewusst, deshalb durchleuchten wir das ja heute auch unter dem Aspekt, ans universelle Feld und dann wundern wir uns, warum kommt das nicht endlich in mein Leben? Und ein nächster Punkt ist, ich gehe mal davon aus, du kennst das mit Tagebuchschreiben. Vielleicht machst du es jeden Tag, vielleicht machst du es ab und zu, vielleicht hast du es mal eine Weile gemacht und gerade aktuell ist es nicht mehr in deinem Mind, weil du denkst, funktioniert eh nicht, weil du irgendwie, ich sage es jetzt mal ein bisschen klapsig, die Schnauze voll hast, da immer Dinge aufzuschreiben und es kommt nachher doch mit in dein Leben. Ich kann dir sagen, warum? Also wenn ich in der Richtung, in meinem Leben auf Fehlersuche gehe, dann lag es immer da dran, morgens Dankbarkeitsbuch zu schreiben, für zehn Minuten dankbar zu sein und den Rest des Tages wieder unzufrieden zu sein mit meiner Situation. Naja, wo bin ich dann wiederum mit meinen Gedanken? Beim Mangel, egal in welchem Bereich. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ich ja Dankbarkeitsbuch schreibe, dass ich es auch fühle wirklich, was mir da immer hilft oder geholfen hat, vor allem zu den Zeiten, wo ich mich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt habe, hier Thymusdrüse zu klopfen und einfach mal laut Danke, 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 einfach nur Danke, Danke, Danke sage, so zehn, zwanzig Mal. Das hat mir immer geholfen, überhaupt mal in das Gefühl der Dankbarkeit reinzukommen, bevor ich überhaupt im Dankbarkeitsbuch angefangen habe, das zu schreiben. So, und dann einige Dinge aufzuschreiben und das ist manchmal eine Challenge rauszufinden, wofür kann ich denn jetzt gerade in dem Augenblick dankbar sein, weil es ist ja in dem Moment sogar normal für uns, dass wir aufs Buch schauen können, dass wir lesen können, dass wir einen wunderschönen Stift in der Hand haben, mit dem wir schreiben können. Auch dafür können wir dankbar sein, dass ich einen Stuhl habe, auf dem ich hocke, dass der schön weich gepolstert ist, dass ich bei den derzeitigen Temperaturen eine langärmelige Bluse anziehen kann, um nicht frieren zu müssen und, und, und. In dem Moment kommen wir gar nicht auf die Idee. Und das dann wirklich auch zu fühlen und mit in den weiteren Tag zu nehmen, sodass ich zum großen Teil tagsüber wirklich Dankbarkeit für alles Mögliche empfinde und fühle und dankbar bin. Um dem Ganzen noch ein metaphorisches Bild mit auf den Weg zu geben, damit wir den Kopf hier mit im Boot haben, stell dir vor, da ist abends so eine Universumskellnerin, die hat eine Checkliste, schwarz-weiß betrachtet, Fülle und Mangel, und die hatte ich ganz genau im Blick und füllt die Checkliste abends aus und macht Häkchen bei Fülle und macht Häkchen bei Mangel, egal in welchem Bereich. Und da, wo sie die meisten Häkchen macht, dann sagt sie, okay, davon liefere ich dir mehr. Das, finde ich, ist ein wunderbares Beispiel, was es auf den Punkt fängt. Und da dürfen wir dafür sorgen, dass die Universumskellnerin abends viele Häkchen bei der Fülle macht. Und dann wirst du staunen, was für wundersame Dinge in deinem Leben geschehen, weil du es aussendest, weil Gleiches Gleiches anzieht, weil du in der Fülle bist und rausgeswitcht bist aus dem Mangeldenken. Und da gibt es noch so eine schöne Übung, was ich unseren wunderbaren Kunden auch, gerade in dem Bereich, mit auf den Weg gebe, immer gerne zu machen, was so einfach ist und so wirkungsvoll. Wir Frauen sind ja schon multitaskingmäßig unterwegs, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Wir können die Spülmaschine ausräumen, gleichzeitig noch irgendwie einen Termin machen, gleichzeitig noch, keine Ahnung, die Nudeln schon mal ins Wasser machen, weil wir gerade noch am Kochen sind, was auch immer. Aber auch wir können nur eines machen, einen Gedanken gleichzeitig denken. Zum Multitasking wir unterwegs sein mögen, aber trotzdem, wir können immer nur einen Gedanken gleichzeitig denken. Und wenn ich mich jetzt mehr darin üben bin, auch im Alltag mal, mich der Fülle zu öffnen und da mal überhaupt einen Switch zu machen, wenn du ab jetzt, wenn ich gerade das Beispiel mit den Nudeln genommen habe, wenn du ab jetzt eine Packung Nudeln aus dem Schrank kohlst, Spaghetti, wow, wie viele Spaghetti sind da wohl in der Packung? Wenn du Reis kochst, wow, wie viele Reiskörner sind da wohl in der Packung? Wenn du in deinen Vorratsschrank guckst, du sagst, wow, ich habe noch zehn Rollen Toilettenpapier auf Vorrat, wie cool. Wenn du auf die Straße guckst, du kannst denken, wow, wie viel Verkehr haben wir wieder da draußen? Du kannst aber auch denken, wow, wie viele Autos sind da auf der Straße unterwegs? Völlig andere Sichtweise. Du kannst einen Baum anschauen und sagen, wow, wie viele Blätter hat dieser Baum? Du kannst auf die Wiese schauen, wow, wie viele Milliarden Grashalme gibt es hier, auf dieser Wiese und, und, und. Und dann kannst du nicht gleichzeitig in der Unzufriedenheit geschweige denn in einem Mangeldenkens sein, wenn du denkst, wow, wow, wow. Wenn du am Wasserhahn bist und wäschst ja deine Hände, wow, wie viel Wasser darf ich dir jetzt gerade nutzen, um mir meine Hände zu waschen? Wenn du vorm Spiegel stehst und kämpfst ja morgens die Haare, wow, wie viele Haare habe ich wohl auf dem Kopf? Und, und, und. Ja? Das ist so spooky, so einfach und so effektvoll, um sich das mal anzueignen. Finde ich genial, diese Übung. Ja, und warum habe ich vorhin gesagt, dass ich gerade noch so die Kurve bekommen habe? Weil wenn der Fokus ja immer auf diesen mangelnden Sachen ist, also ich habe 90 Prozent, die richtig toll sind, und 10 Prozent, wo es mir an irgendwas fehlt, wo irgendwas noch nicht so ist, wie ich es gerne hätte, oder, ja, ne, wo der Fokus einfach auf diesen 10 Prozent ist, die nicht so sind, wie ich sie gerne hätte, dann verliere ich auch den Fokus von dem, was ich will und was ja schon da ist. Und dann können, je länger wir das machen, über einen längeren Zeitraum, desto mehr können wir dann auch zusehen, wie die 90 Prozent auseinanderbröckeln und zusammenbrechen. Dann könnte ich, indem ich den ganzen Fokus da drauf lege, was alles nicht, oder diese eine Sache, die nicht so toll ist, könnte ich alles andere riskieren und zusammenbrechen lassen. Alles, was ich aufgebaut habe. Das ist jetzt ein krasses Beispiel. Ich sage es jetzt mal so extrem, weil dann verstehen wir es ja auch mehr. Deswegen, das war für mich so ein sehr krasser Aha-Moment, nochmal zu verstehen. Da ist schon so viel Großartiges. Lass uns so dankbar sein. Das heißt nicht, dass ich die eine Sache dann sage, oh ja, mein Gott, dann ist das halt so, und da konzentriere ich mich jetzt gar nicht mehr drauf und da muss ja auch jetzt nichts anders sein oder so. Also nicht Zufriedenheit und sich zufrieden geben mit Dankbarkeit und Wachstum verwechseln, sondern ich sage, hey, okay, diese Sache, da darf auch mein Fokus sein auf diesem Ziel, das ich gerne habe, das ich haben möchte. Gleichzeitig darf ich den ganzen Tag einfach dankbar sein für das, was da ist. Das fängt so einfach an. Das fängt so einfach an. Da geht es um alles, was wir haben. Da geht es um die Kleidung, die wir tragen. Da geht es um die Gesundheit. Da geht es um meine Fähigkeit, mich auszudrücken, sprechen zu dürfen. Es geht um die Familie. Es geht darum, Ziele erreicht zu haben. Es geht darum, lesen zu können. Es geht darum, dass ich ein Handy habe, das ich benutzen darf. Es geht um fließend Wasser. Es geht um die Sonne, die scheint. Um die Vögel, die zwitschern. Dass ich das hören kann. Alles. Jetzt werden wir tausend Gründe finden, dankbar zu sein. Und wenn du mal einen Tag lang, den ganzen Tag einfach überlegst, wofür kann ich gerade dankbar sein? Du wirst gar nicht aufhören, Gründe zu finden. Richtig. Das Gewohnheit zu machen. Dankbarkeit als innere Haltung. Mit allem begegnen in Dankbarkeit. Das ist wohl eine Challenge, weil wir ja oft einfach auch darauf konzentriert sind, auf das, was fehlt oder auf den Fehler. So wie in der Schularbeit ja auch immer nur der Fehler angekreuzt wurde und gesagt wurde, hier hast du was falsch, hier hast du was falsch. Und der Fokus war ja weniger darauf, hey, das hast du aber richtig gut gemacht. Das war gut. Klar, da stehen die Punkte. Aber was auffällt, ist, dass da irgendwo ein Fehler ist. Mit rot markiert. Also ganz, ganz, ganz deutlich der Fokus auf den Fehler. Und nicht auf dem, was alles toll ist. Das dürfen wir ändern. Das ist so einfach. Ja. Das ist, nochmal zum Bewusstmachen, das ist eine ganz tiefe Konditionierung, wo jeder von uns seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube, jeder von uns erstes Diktat in der Schule. Ich glaube, mit 20 Wörtern fängt das an. Und wir waren doch ganz stolz, ob wir uns jetzt daran erinnern können oder nicht. Ich gehe mal von aus. Wir waren einfach alle ganz stolz, dass wir ein Diktat geschrieben haben und haben das abgegeben und sind dann ganz neugierig, dass wir es zurückbekommen oder wenn wir es zurückbekommen. Und da steht nicht, hey, liebe Anna, du hast 19 Wörter richtig geschrieben, ein Wort hast du falsch geschrieben. Guckst dir an, schreibst das nächste Mal auch richtig. Davon spricht gar keiner. Ein Fehler, ein Wort hast du falsch gemacht, einen Fehler hast du gemacht. Da ist unser ganzer Fokus. Da können wir jetzt noch ganz viele Beispiele nehmen. Nur mal zum Bewusstsein. Das ist eine ganz tiefe Konditionierung. Und da dürfen wir den Fokus switchen, mal wieder auf die Dinge, die da sind. Wenn du magst, fühl dich mal eingeladen, dir einen Stündchen Zeit zu nehmen und eine Stunde mal nur Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar sein kannst. Eine Stunde lang. 100, 150, 200 Dinge aufschreiben. Weil dann kommen wir auch mal in die Tiefe. So 10 Dinge geht noch ganz rasch. Aber dann müssen wir unser süßes Spatzenhirn schon wieder anstrengen. Für was kann ich noch dankbar sein? Und was mir auch hilft, in der Richtung es auch zu begründen. Als Beispiel. Ich bin so gut dankbar und glücklich, dass ich diese Bluse hier jetzt tragen kann, die langärmelig ist, weil ich da nicht friere. Also eine Begründung dazu machen. Ich bin so froh, dankbar und glücklich, dass ich frisches Wasser aus dem Hahn bekomme, dass ich trinken kann, um meinen Körper mit Wasser zu versorgen. Ja, also zu begründen, warum. Ich bin so froh, dankbar und glücklich, dass ich fließend warmes und kaltes Wasser habe, weil ich mich dann unter die Dusche stellen kann und eine heiße Dusche genießen kann. Also begründen, weil damit geben wir unserem Gehirn auch ein bisschen mehr Futter noch für die Dankbarkeit, uns auch wirklich zu fühlen. Genau. Das ist vielleicht auch ein gutes abschließendes Wort noch dafür. Nicht einfach aufschreiben, ich bin so dankbar und glücklich. Ja, ich bin so dankbar für meinen Partner. Sondern fühl das mal. Und ich wette, wette es, schreib es auch gerne mal in die Kommentare, ich wette, es gibt so viel mehr Dinge von all unseren Zuschauern, Zuhörern, dass alle oder fast alle auch in einer Situation stecken, wenn sie mal genau hinschauen würden, wenn du mal genau hinschaust, dass du merkst, es ist eigentlich schon viel besser alles, als du bis eben in deinem Alltag gedacht hast. Also, dass da schon so viel Großartiges ist, weil der Alltag, der, da sind, da sind immer die gleichen Gedanken, immer die gleichen Themen, das ist ja auch logisch, das ist Alltag, Definition von Alltag, das ist immer das Gleiche und so. Und der Alltag fällt uns oft mal gar nicht so auf, dass schon so viel Großartiges da ist. Dass schon so viel Großartiges da ist, um für einen Moment mal innezuhalten und sich mal wirklich bewusst zu machen, hey, da ist schon so viel Großartiges, ich habe schon so viel Großartiges geschaffen und ich bin auf dem Weg zu noch mehr Großartiges, zu noch mehr Göttlichem in meinem Leben. Genau. Die mentale Ausrichtung darauf richten, Dankbarkeit zu fühlen, die Dinge zu sehen, die da sind, das sind Naturgesetze, denen sich niemand von uns entziehen kann. Und deshalb wird es auch so gut, dass wenn man sich dem hingibt, wundersame Dinge im Leben geschehen und man denkt, wow, Universum, du bist sensationell, wie du mir jetzt lieferst. Genau. Die Universumskellnerin, die ich eben genannt habe, die liefert so rasch dir die Dinge in deinem Leben. Einladung nochmal, die mentale Ausrichtung auf die Fülle zu richten, auf die Dankbarkeit und auch, dann müssen wir auch in einer Podcast-Folge mal drüber sprechen, ganz genaue, glasklare Bestellungen beim Universum auch abzugeben, damit die Kellnerin auch noch besser weiß, was sie dir liefern darf. Ich glaube, das wird eine der nächsten Podcast-Folgen. Ja, in diesem Sinne, das war die heute Podcast-Folge zum Thema Dankbarkeit. Hör es dir gerne nochmal an, um es zu verinnerlichen. Das sind so Dinge, die mache ich auch immer gerne. Hinterlass uns auch gerne im Kommentar, was deine Aha-Erkenntnisse daraus waren. Empfehle uns gerne weiter, damit dieses Thema noch mehr mit der Welt verbreitet wird auch. Und dann sehen und hören wir uns, in der nächsten Podcast-Folge nochmal. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Ahe. Ahe. Von tiefstem Herzen ein Dank an dich für dein aufmerksames Zuhören, für deine Offenheit und dein Sein. In den Shownotes findest du mehr von uns und wie du in unser ProVita-Universum einsteigen kannst. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was durch unsere Worte in dir in Bewegung gekommen ist. Und unsere Empfehlung ist, lass das Gehörte gerne nachwirken. Spür rein, was dir gut tut und genieße deine ganz persönliche Lebensreise. Von Herzen verbunden, deine Irmgard Anna und Madeleine Viola Miliner. Die Irmgard Anna und Madeleine Viola Miliner. Die Irmgard Anna und Madeleine Viola Miliner. Die Irmgard Anna